Ich sage, wir sorgen dafür, dass er von der Truhe fängt und zurückfindet er niemals. Hallo Jack, an deiner Stelle Daddy das Kätzle in Ruhe lasse, gell? Müsste ich nicht ein. Ich habe eine bessere Idee. Hier, fix ihn damit, Jack. Mit Vergnügen. Was ist denn da los, ab dem Gepäckträger? Nein! Oh nein! Was ist denn mit meinem Land los? Ich kann mich anhalten. Hilfe! ... ... ... ... Oh, 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 oh! Oh, shit! Oh, 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 oh!